und herzlich willkommen zurück genau ich bin jetzt der tank der gruppe ich weiß nicht gleich erstmal pauschal wieder raus das ist so dummer magier ja okay also wie gesagt wir kommen zurück wir gucken mal wie das ganze aussieht wenn wir mit random gruppen die mich nicht kennen die ich nicht kenne mal das ganze mini wird ein bisschen spielen auf schmerzhaft nur das ist quasi der modus den ich mache warum mache ich nur schmerzhaft nicht weil ich in ferner als ich könnte und einfach weil ich immer einst nicht brauche das einzige was ich brauche die tragen die kann man natürlich besten modus also auch schmerzhaft waren nur ein zugang bekommt immer noch trotzdem seine zwei schlüssel auf in ferner 1 zum beispiel würde man natürlich ganz 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 viel mehr glyphen bekommen aber man sieht ich habe hier alles auf 60 selbst der andere helm hier ist das level 60 und ich habe immer noch 61 millionen glyphen einfach mal über das heißt ich brauche nicht auf jeden fall eine 1 ja deswegen mache ich das ganze auf da ruft uns jemand da ruft uns jemand oh mein gott oh mein gott batzeln ich werde sterben so äh und warten hier in dieser zeit ähm sind die immer noch ja gut was können wir noch so neues herzeigen ähm müsste ich glaube ich schon gezeigt haben mal damage hell ne ja hab ich schon gezeigt ja ansonsten ist auch nicht so viel passiert ehrlich gesagt hier ganz wichtig was die genaue ich jetzt zum nach tegern ok und klatschen die immer dazu fiert hier rollt ok und ja was ist ansonsten großartiges passiert es ist nicht so viel passiert ehrlich gesagt ich bin jetzt kurz davor ich brauche hier noch noch zwei geschliffene dann kann ich mir daraus noch einen also zwei geschliffenen weiteren onyxen kann ich mir eine perfekte das wäre der dritte hätte damit einen heiligen und kann dann quasi hier noch einen weiteren heiligen zu einem kürzen königlichen machen mit dem joker stein der ich irgendwo pflicht da ja sonst habe ich glaube ich war das heute oder gestern gestern hatte ich noch ähm keine hier wer ist das hier eine rune der aufwertung hatte ich gestern noch im daily deal habe ich aber nicht geholt weil die jetzige die ich hier schon rumstehen habe damit auch hier rum dafür werde ich mir bald eine neue holen ein juwel der aufwertung aber ehrlich gesagt die runen ist jetzt nicht so das 9 plus ultra was ich brauche könnte ich dann noch eine 12er rune zu einer 16er rune machen aber mein gott jetzt auf 2,02 und ich habe einfach nichts im wissensbaum was auf geschwindigkeit ist von daher hey bist du wieder gesund so halbwegs so halbwegs ach guck mal das ist mir gestorben sagt normalerweise antworte ich im video nicht hallo steve grüße an steve 98 du bist jetzt voll steve ich keine ahnung normalerweise antworte ich im video nicht aber da wir jetzt eh gerade auf die anderen warten ja ja der hatte früher mal hatte der hier irgendwo so eine kleine kerze drin das sah eigentlich noch relativ cool aus jetzt sieht es irgendwie einfach nur dämlich aus da war früher mal so eine kleine kerze drin das fand ich ganz cool der am letzten video noch ein bisschen krank war es ja das ist richtig jetzt habe ich samstag aufgenommen da war ich noch ein bisschen mehr krank als heute heute geht es wieder einigermaßen gut aber immer noch nicht perfekt ehrlich gesagt oh das draufgeklickt oh oh da die gehen nicht wieder da tut sich wieder was ohoa die gehen wieder nach King's Hill wuhu ja so das heißt die müssen gleich auftauchen wo sind sie 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 da ist der erste wuuu die erste ich flipp aus oha der zweite schon jetzt geht es aber richtig voll hier ja so wenn man Zeit und Bock hat das können sie mir in der Zwischenfelschen helfen äh kommt aber drauf an bei was kommt immer drauf an bei was da ist der nächste wuhu so jetzt der nächste hä ist nur ein Spackenmagier da kann man nicht denken magier kommen die echten magier komm mal welcher magier ist das ein magier stimmt ja das ist so wenn man mit randoms läuft das Video geht seit 5 das Video geht schon 5 Minuten und äh ja es hat sich immer noch nichts getan das ist so dieses typische wenn man mit randoms läuft das ist das alles im Video angucken ne also die antworten oh dich an der Axt lalala so randoms ist immer das schönste you come or no da ist er da ist er der Hymasar oh ich bin noch falsch geskillt er ist tot wir kommen hier wenn man da stirbt ne wird er selbst aufgehoben wird er selbst aufgehoben so es ist ziemlich lauter wird nicht das gerade naja dann haben wir heute ein bisschen bisschen lautere Musik hallo ich wollte es aufsammeln wo wir jetzt wieder sterben keiner krass zack 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 wenn man da draußen hat also die Navidad ich hoffe dass wir dann hier so für eine Sekunde lang das ganze Ding immer total es sieht aus wie wenn wir das abspinnen hier unten da müssen wir gleich mal drauf achten also der Bonus wird einem hier angezeigt jetzt ist er oben links hier da sieht man das natürlich nicht kritisch warum soll es auch kritisch sein so und wir haben einen Dragan Ring wuhu ich flipp aus ein Dragan Ring krass ist das super toll das ist ja ich flipp einfach aus vor Freude ist das hier darf ich alles meinen Great Damage Dörli mein Name ist Dörli das ist Bescheid nur goldene Kiste mache ich natürlich nicht auf so wir gucken auf den Dragan stand 45 nein nein keine Dragan eine Flamme das für mich fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff mal nicht bedanken verkauft wird euch jede runde in kings ja die geht jede runde nach ging es her und verkaufen da ihren scheiß mein gott da wird dafür so viel platz haben ich habe alles aufgenommen das ist doch nicht viel ich warte trotzdem also nicht bin ich denn doch es wird sich einer man musste man musste irgendwann spenden nur weil wieder hier naja er hätte wieder nichts er hat gekrittet wird auch gekrittet so und das sieht nach grimmack aus ja ich hätte voll recht langsam kennt man das event echt schon bisschen zu druck geht was war noch dabei zu wenig lebenspunkte hier ist also nicht nicht ich komme gleich mit publik spielerste so jetzt haben wir zwei schlüsse der niederlagen auf dem draken stand wieder gucken 845 ja da gab es draken hier nicht ach das dumme flamme des phoenix oh nein nicht wegschmeißen weißt du da wo ich die gebraucht habe die flamme des phoenix ist am tag so zwei drei stücke droppt jetzt habe ich zwei runden gespielt und schon auch jetzt schon zwei gedroppt es ist toll jetzt muss ich nicht mehr brauche ich muss halt die gruppe verlassen was aber aber das war mein lieblings vielmehr so ja hier hat er macht fertig muss ich machen hier ist einer ich hätte ich mir jetzt nicht auf wenn du stirbst wenn ich warten kann wenn man muss auch stundenlang auf die aufeinander warten aber an sich trotzdem nicht kritisch wie immer ich habe nur 80 prozent die nicht mehr als kürteln zack 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 so und einmal zu karlis na komm der tank braucht man eigentlich gar nicht hier du bist los los nein du machst das schon wenn ich nicht dabei wäre bräuchten die das wäre jetzt erst einfällt warum ist der typ nach dem tank gefragt hat obwohl ein tank da ist dann kannst du zu zweien gehen und alper ist tot einmal hinter mir bitte danke und wieder hinter mir danke und karlis ist der blick der komische typen auf ich bin mal so nett so zwei unix in drei runden ich hätte ganz gerne mal die schultern ehrlich gesagt ich habe ich glaube ich schon vier oder fünfmal dieses ding bekommen noch nicht einmal die schultern möchte einfach nur so zum spiel das ding möchte einfach nur mal so zum spaß das set ausprobieren also ich will es gar nicht tragen aber ich einfach nur so zum spaß guck mal wie viel damage das macht ähhhhh 78 draken kein draken gut einmal draken ist doch kassett to run around without me gewandene Fertari Puppe das Ding habe ich ja fertig das läuft hinter mir her guti alles klar dann würde ich einfach sagen wir sehen uns morgen wieder und bis dahin macht es gut ciao ein